Na dann, auf ein Neues! So, kann ich hier Optionen nennen? Steuerung. Nein, erweiterte Steuerung vielleicht? Es geht doch was denn los! Runde eins! Ach, Mensch! So wird das gemacht, seht ihr? Oh, ich bin doch zu langsam. Der ist nur voll in den Winkel laufen. Ja, ja. Wie? Ja, doch! Aber, aber! Ach, Mendo! Oh, ich bin doch schon wieder tot! Ups, nee, Kontrolle will ich nicht. Muss ich sie denn alle selbst erschlagen? Runde drei! Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Weißt du, ich hack den gerade und der macht trotzdem irgendeinen Scheiß-Kombo-Angriff. Der macht aber nur schweren Angriff? Ah, nee. Weil, wenn du einen schweren Angriff machst, kannst du mit dem leichten Angriff den ganz schnell töten. Nein, ich block doch! Oh, du Wichs-Kombo! Hallo! Oh Gott! Hm, war ja jetzt nicht so gut. Nee. Gucken wir mal noch Zeit nochmal. Ich wollte mir doch die Steuerung mal angucken, wie das mit den komischen Kombo-Angriffen ist. Mach das doch. Geht ja nicht. Nein, nein. Weil ich keine Zeit dazu hab. Ich muss jetzt gucken. Kann ich nicht. Jetzt vielleicht? Mit den Kombo-Angriffen? Was sagst du denn damit? Es gibt Kombos. Ja, das ist doch meistens, wenn du dreimal links klickst oder sowas. in der Ort. Verweiterte Steuerung? Tastenbelegung vielleicht. Ich bleibe. Wunder 1. Leute! Juhu! Ich hab mal jemanden allein besiegt! Das war sogar so eine komische Stocktante! Aha, das ist ja eine Stocktante! Ja, die sieht auf... Gegen die sieht auf mich ja jetzt! Oder nicht! Ah, verdammt, wieder ein falscher Knopf gedrückt! Stop ist tot! Das ist schön! Gewonnen! Schwerttante auch! Ach, nö! Wieder die Stocktante! Willst du mich rollen? Die greifen mich oben an! Ich blocke nach oben! Und trotzdem trifft sie mich! Ich bin tot! Hallo! Ciao! Gut, dann ist mein Gewissen nicht ganz so belastet! Ich bin tot! 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 Das war ja gemein! Hallo! Hallo! Verdammt! Stocktante hat mich besiegt! Das war echt gemein! Warum? Weil beide auf dich losgegangen sind? Weil beide weggerannt sind! Weil die sich den anderen Gegner ausgesucht haben! Ja! Komm schon! Wie? Was? Ich hab die gehackt und sterbe? Ja! Jetzt bist du wieder da! Das ist schön! Müssen wir los noch wieder! Ah fuck! Die anderen auch! Nimm die andere! Ne, nimm die Stocktante! Oh, na wen denn denn? Scheiße! Fuck it! Ja und dabei waren wir so nah davor! Können wir mal nicht lachen! Ich dachte wir spielen UNO! den anderen die Zeit! How cool! Ich danke dir! Ich danke dir! Das ist ja ok! Das ist ja ok! 4. Bis zum nächsten Mal.